Bum 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 Ja hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Part Nummer 38. Ja im letzten Part haben wir Myrha, Myrha, die Unheilskönigin besiegt mit Hilfe von Hofnar Thomas. Und ich habe nochmal, bevor ich, ich wollte zwar im letzten Part habe ich gemeint ich würde da hinten lang gehen, aber Ich habe dann nochmal die, äh, den Kommentar gelesen von Bum 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 unter mir hier ist es das dann vielleicht sogar der raum hier gemeint ist könnte natürlich auch sein muss ich gucken am ende ist er vielleicht da drin und ich habe keine möglichkeit wieder reinzukommen keine ahnung so ist ja alle tot wie man ja gesehen haben dass ich halt hier einfach unten entlang mal ein bisschen gucken wobei gibt es hier vielleicht irgendwas also ich bin ja da unten entlang gelaufen und dann naja okay stimmt er meint dass er ist halt tricky versteckt aber es ist möglich ihn zu finden also kann es schon sein dass er wohl nicht unbedingt jetzt in einem in einer wand hängt also dass er jetzt irgendwie ja ganz simpel hinter so einer wand versteckt wäre weil das wäre glaube ich ein bisschen zu simpel ganz vergessen na du einfach nur weil es kann muss schon aufstehen kollege damit ich kaputt schlagen kann alles klar natürlich aufpassen wegen dem pfeil typen weil die benutzen ja gerne gift so dass ich halt hier mich hier vielleicht ein bisschen umgucke na du folgst du mir ja du würdest natürlich abschließen war ja so klar wo schießt er denn hin also normalerweise habe ich ja das gefühl dass sie eigentlich sehr gut sind die gegner in sachen kämpfen aber der hat eben total geschielt kann natürlich auch sein dass ich vielleicht da rechts rüber springen muss irgendwie wäre auf jeden fall von oben möglich glaube ich nicht wenn ich da oben an dem teil dann hängen bleibe oder wenn der fall schaden zu hoch ist kann ja alles sein bin ich eigentlich letzt mal hier entlang gegangen oder war hier auch gift ich weiß es gar nicht mehr könnte natürlich auch sein aber da ist auch noch so ein schalter und vermutlich stehen das ding wieder nach oben zu packen oder denke ich mal aber das ist einfach mal sein okay das geht dann vermutlich dahinten an die eine schatzkiste so alles klar weg mit dir okay gut alles klar hat doch relativ simpel versteckt kann natürlich auch sein dass das hier auch eine mimik ist na bewegt sich da die kiste ich habe irgendwie angst weil das problem ist auch man kann ja so die kisten kaputt machen man kann ja vorher dran schlagen aber wenn es keine mimik ist dann ja da ist dann ist die kiste tot also auch der inhalt denke ich mal na gut hoffen mal dass es keine mimik ist ich könnte ja auch einfach messer dran werfen gucken ob es ob es reagiert haben wir einfach mal naja ich mich geradeaus ja gut eine bombe dran werfen macht glaube ich keinen sinn weil sonst wäre das ding gleich kaputt ja gut also ich sehe halt nichts dass jetzt die kiste irgendwie lebendig ist oder was meint ihr ich bin mir halt unsicher na gut wenn es halt eine mimik ist dann frisst mich halt auf habe ich ja pech gehabt aber gut keine alles klar ich bin bin irgendwie bis ich nicht weiß woran man erkennt was eine mimik ist bin ich da sehr skeptisch seit ich der letzte seit ich einer begegnet bin leider spawnt die halt nicht nochmal sonst hätte ich vielleicht sagen können gut dann hätte man das dann nachträglich nochmal sehen können aber ja gut dann ziehe ich einfach mal da dran auch wenn ich eher denke dass das ding einfach nur nach oben gezogen wird so und aber was bringt mir das aber hier unten sind ja sowieso keine gegner was für einen tieferen sinn hat das die nach oben zu ziehen guck auch hier noch mal die wände durch also bis zum läuft vorhin gehe ich einfach mal aber vor möchte ich mal kurz gucken war die picke eine neue waffe oder was altes mehr so viele sachen hier picke hier gut das ist eine standard stoßwaffe vermutlich auch wie ein speer und ich kann sie sogar tragen einfach mal ausprobieren ich habe sie jetzt zwar in der linken hand ok das ist quasi halt genauso wie ein speer alles klar wie gesagt ich mag ja die sperre weil das halt so eine hohe reichweite ist aber das problem ist halt dass ja das mit dem bogen halt mich schon ein bisschen stört allerdings war ja auch noch so ein sollte vielleicht mal auch mein schick wir benutzen auch die frage wie komme ich denn darüber wo der typ ist weil darüber springen geht ja wohl eher schlecht sondern manchmal nochmal platt hier oder der typ kommt kann natürlich auch ein bisschen risikoreich sein natürlich hast du nicht vergiftet weil du es konntest ja und deshalb auch das problem was ich habe wenn ich vergiftet bin dann gucke ich nicht unbedingt auf meine hp hat nicht die alltägliche dann das hier alles klar hey so ok man kann die quasi nach oben drücken dass die dann einfach oben bleiben ja keine ahnung ich weiß es doch nicht auf jeden fall gab es hier dann auch nichts mehr weil ich bin ich auch letzt mal schon dank dran gegangen tricky versteckt also es wird echt keine wand sein denke ich mal giftiges wurfmesser hier ist leider auch nichts gehen wir noch mal unten gucken wir mal hier entlang und da ist es schon dann das nächste das letzte das letzte leuchtfeuer hier also tja nun und da unten möchte man natürlich nicht rumlaufen da wurde vermutlich das gift von unten nach oben gepumpt in den raum vom boss ein npc der nicht hier ist also ich gehe nur noch mal das verfahren noch mal zurück weil wir einfach nur mal damit ich geguckt habe sage ich mal kann man hier eigentlich irgendwie hoch weil ich gucke gerade mal man müsste doch da eigentlich hoch können oder also sofern man halt hier die möglichkeit hat hoch zu klettern oder ist es einfach wirklich nur so dass man dann wieder zurückkommt hier quasi als abkürzung das sieht ein bisschen komisch gemacht aus bin ich ganz ehrlich ja gut dann muss ich wohl doch wieder zurück ich würde eigentlich ungern den ganzen part jetzt nur damit verschwenden diesen npc zu suchen aber ich müsste ihn auch trotzdem gerne finden gleichzeitig wisst ihr wie das ist wenn man dann als letzt player meint man könnte man würde dann einen part verschenken aber gut wie gesagt es war ja in der nähe von dem einen leuchtfeuer also muss ich wohl hier weiter gucken und dadurch dass diese teile wohl nichts sind und ich hier auch nicht langkomme dass ich dann keine ahnung habe so an den zahnrädern wird sich auch nicht liegen weil die stehen ja so oder so in der nähe also ich gehe noch mal hoch zum leuchtfeuer ich gucke einfach mal vielleicht meinte ja bringt ja nichts ich war ja schon wir schon an die stelle gegangen wurde es wo die kiste war also hier in der nähe irgendwie irgendwo keine ahnung vielleicht kann man irgendwo runter springen oder so also von da sind wir gekommen nur so nebenbei nicht dass man sich wundert und da unten in dem gifpo durch aufruhe oder später noch mal lang gucken aber ja in der nähe heißt halt nicht wirklich dem dran sondern einfach in der nähe seh ich denn vielleicht von hier irgendwo irgendwie ich habe kein peil es ist bestimmt vielleicht ja gut simpel im sinne von nicht simpel vielleicht ist es auch simpel und man denkt nur kompliziert ich weiß es einfach nicht keine ahnung da hinten kann ich ja auch nicht lang es ist auf jeden fall noch viel mehr hier wenn man sich das so anschaut vielleicht sollte ich trotzdem mal in dieser eine stelle runter springen ja denke ich mal dass er vielleicht dann doch da ist also hierbei ja dass ich hier einfach runter springe ich brauche immerhin noch alles weg hier und jetzt fällt der npc fällt der eine runter ja gut von mir aus dann werde ich den wohl angreifen denke ich mal wo da ist ein bisschen mehr als der eine aber der einen hat sich vergiftet gut das ist dann halt so ein kleiner vorteil ich möchte gerne das menschen erst besiegen ist er da runter gefallen kein feuer giftiges wurfmesser ähm ich bin gerade so ein bisschen verwirrt ob es sinn gemacht hat dass ich hier runter springe sage ich mal aber ich sehe irgendwie dass es nur ein wo sind wir denn hier warte mal der npc ist da hinten gestorben okay war ich hier schon mal hier ist eine leiter oder ist es vielleicht jetzt doch der richtige weg und ich bin jetzt hier erstmal am rumgucken na du dich machen wir einfach mal platt einfach nur weil ich es kann auch wenn ich glaube dass hinter mir oder vor mir oder sonst wo ist gleich irgendwas auftaucht weil ich hier total blind rumlaufe ähm ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt wegen den vielen wegen okay nochmal konzentration hier die feuertypen nerven mich zwar ein bisschen aber gut okay hier unten haben wir noch mehr gift und eine tür ist vielleicht das der npc oh ist vielleicht wir wissen ja dass der eine typ ja böse sein soll ist es der den den wir ganz am anfang gesehen hatten und ich habe irgendwie das gefühl bist du dieser äh phil part p irgendwas glaube ich ah ok also er sagt nur was aber also im prinzip könnte man glaube ich schon sagen dass der typ sowas wie patches ist von den anderen teilen mhm ok natürlich jetzt die frage soll ich weitergehen oder soll ich nicht weitergehen ich wurde ja schon von ihm gewarnt äh gesagt von seinem anderen npc und das sieht hier auch so aus als würde ich das öffnen können aber irgendwie doch nicht also ich drücke es gerade hier aber es passiert nichts na das ist so die sache es ist echt so die sache ich mache die tür auf und kriege dann erstmal auf die schnauze garantiert oh man oh man nehm ich bevor ich da jetzt lang gehe gucke ich erstmal noch die anderen wege durch weil es kann nämlich gut sein dass den weg den ich hier momentan laufe dass das dann alles der rückweg ist und dass mir die gegner quasi dann äh ja nicht mehr den rücken zu kehren in dem sinne alter ok hier ist nichts hinter der wand versteckt und hier komme ich wohl auch nicht drüber vielleicht sogar doch aber ja der feuer typ geht mir da auf den sack ich habe irgendwie angst bei sowas zu springen weil man sieht halt wenn ich hier dann runter falle dann bin ich tot garantiert dann gehen wir halt mal hier diesen weg es gibt viele wege deswegen ich habe viele möglichkeiten von daher hallo ich finde es übrigens interessant dass die nicht gleich reagieren würde ich sagen wow 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 ouch 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 gut der feuerball ist böse sehr böse er ist gar nicht reinlaufen ja ja ok wir sind jetzt quasi quasi gegenüber hier ok alles klar gut und hier konnte man da ist eine schatztruhe wie kommt man da hin frage ich mich weil das dumme ist bei den alten also bei demon souls war das sogar so wie dann trauen amulett dass man an solchen stellen ist der npc drüber gesprungen von alleine aber das macht er hier bei dark souls 2 halt nicht mehr wie komme ich da hin ist da eine leiter oder irgendwo was oder vielleicht doch eine versteckte wand man merkt schon das gebiet ist ja doch größer als gedacht ah hier mal wieder ein schatz drüber ist das woran erkennt man eine mimik ich habe angst vielleicht daran dass vielleicht die kiste dunkler ist ich weiß es nicht also die kiste sieht auf jeden fall ist dunkler aus als die andere aber man sieht halt echt nichts ich habe halt echt angst da drauf zu schlagen und dass es dann kaputt geht aber da hinten ist da hinten ah wollte gerade sagen ist da hinten vielleicht was versteckt ich piek's mal an ich piek's einfach mal an ok reagiert nicht wenn es doch eine mimik ist dann wir wissen wir dass ich dass man sie nicht anpiken kann na ok gut gut aber gift 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 eiei es war trotzdem eine falle gut faros faros ja das ist dann das vergiftete faros ding ok also immer noch regel mimik anpiken geht also dass die kiste nicht gleich beim ersten lang kaputt geht zumindest ok hat immer noch die frage wie kommen wir in diesen raum hier rein hm gibt es so viele wege so ähm da hinten kam ich nicht lang außer ich springe rüber und da gab es noch irgendwo einen weg bin ich jetzt verpeilt da unten war der typ und ja von hier bin ich gekommen ach so stimmt ja hier war das okay das sieht aus wie so ein aufzug irgendwas keine ahnung ich wollte nicht runter ok da haben wir auf jeden fall eine leiter ich gehe einfach mal in die leiter dran und guck dass ich dann vielleicht besser was sehe ach so das war es so gedacht aber das sieht ja weil der ketten dran sind die das aus wie ein aufzug und ist natürlich die frage ob der aufzug sich bewegt wenn wir irgendwie was machen oh ich habe was gehört irgendwie gedacht dass vielleicht irgendwas von oben runter gesprungen kam ziehen achso ok immer einen schalter alles klar aber für was ist der schalter natürlich immer die frage da hinten ist wieder ein männchen ähm ja komm ziehen wir ihn einfach mal so was passiert oder es ist es ist vielleicht der aufzug hier dass er runterkommt wo ich sagen aber da geht es hoch ah ok interessant ich hoffe halt nur nicht dass das ding runter fährt und mir dann auf den kopf knallt und ah ok gut das ich ja ich wollte nur gucken wollen aber gut ich muss mich beeilen gut zu wissen kann vielleicht auch sein dass ich dann schnell hier drauf laufen kann um nach oben zu kommen ist natürlich auch die möglichkeit es gibt viele wege kann vielleicht auch sein dass so der npc versteckt ist ich habe gerade gesehen ich konnte da nicht mehr zurücklaufen es kann nämlich sein dass da oben was ah oder ich komme da oben zu der schatztruhe hin ja ok alles klar gut dann machen wir das einfach noch mal so was liebe ich übrigens solche rätsel solche geheimnisse mag ich wo man halt so ein bisschen vom logischen denken vielleicht drauf kommen kann natürlich auch passt dass ich mich vielleicht auch nicht zerquetscht werde aber es sieht gut aus dass da oben vielleicht dann doch die schatztruhe ist ich gehe auf jeden fall gleich runter nicht dass das ding zu hoch fährt ok gut ok passt gut dann haben wir hier die kiste auf einmal ist eine metall mimik das wäre dann noch schlimmer so ein mirra schild okay mirra hat glaube ich was mit spiegel also wegen mirrohr oder ich bilde mir gerade nur irgendwas ein keine ahnung gucken wo haben wir das ding hier mirra schild der schild der stolzen ritter des amtlichen mirra ordens also mirra war ja der ja stimmt ja im mirra einem stets von unruhe geplagten land symbolisierte dieser schild die kraft der berühmten ritter und ihre bereitschaft für ihr land für ihr land für ihr leben was für ihr land ihr leben in die waagschale zu werfen also bereitschaft für ihr land ihr leben in die waagschale ja quasi sich zu opfern für ihr land ok aber es scheint nur so ein standard was hat denn der für werte im vergleich na ich hab's gleich so muss ich die werte ja gucken ja nee nicht ganz so gut aber hat ein paar andere werte besser ich möchte wieder wände abklopfen ihr wisst es ja so ok dann nehme ich mal ein bisschen fallschaden im kauf denke ich mal ja ok gut ich hätte es erst mal als ob irgendwo was runter springen würde hm das sieht mir irgendwie offensichtlich aus als ob da aber über mir ist ja auch kein loch oder so wo die gegner runterspringen können na du wow alter ok das ist das sollte man sich vielleicht merken oh ich hab grad das gibt da rechts kaputt gemacht ah ich muss mir unbedingt giftiges moos kaufen das gift ist so op in dem spiel hier ah ok das ist die tür die die dann zuging ok alles klar dann haben wir endlich die abkürzung das ist zumindest ein vorteil sehr schön dankeschön kann man das hier kaputt machen nö ist irgendwie schade dass ich ja dass es zu wenig Wände gibt die man kaputt machen kann ok also kann ich hier auch draußen rumlaufen oder was ok ah erstmal auf die andere Seite da ist ein Item dümdüdüm düdüm ich mag irgendwie nicht so am Rand und lang laufen aber solange man gegen die Wand laufen kann ist das ok so ein Einfalzpinselgewürz na gut hatte ich das nicht schon ok das sieht gut versteckt aus aber erstmal mal gucken wegen dem Einfalzpinselgewürz äh oh bin zu weit runter gegangen ja das Steuerkreuz vom ähm ähm ja vom von der 360 ist nicht ganz so gut Einfalzpinselgewürz suche ich gerade E ich suche einfach nur ein Anfangsbuchstaben E gerade aber irgendwie Seelen, Seelen, Seelen doch hier senkt benötigte Intelligenz eines Zaubers um eins ah aha ok das sind also so Items wo man dann quasi äh dann doch Zauberer sein kann auch wenn man irgendwie dumm ist so und dadurch dass man jetzt hier rauslaufen kann gehe ich doch davon aus dass hier auch was versteckt ist wehe einem nicht weil ich meine hallo warum soll das hier sonst sein ähm also die Wände ist nichts zum abklopfen kann ich vielleicht das hm kann ich vielleicht den hier das hier runter werfen wobei was würde das bringen nichts ähm nun keine Ahnung warum man hier draußen rumlaufen kann sondern es ist einfach nur so dass man sich die Aussicht genießen kann dass man sich da hier so ein bisschen gucken kann wie das hier aussieht das Gebiet ah ist relativ groß hm tja nun keine Ahnung am Ende ist hier dann vielleicht irgendwo der NPC versteckt und ich habe keine Ahnung aber ich klopfe hier auch schon die Wände ab und nichts passiert und ansonsten kann ich hier auch nichts machen da ist irgendwie so eine riesige riesige Linie nö keine Ahnung weiß ich nicht was man hier machen kann aber es gab ja noch einen weiteren Weg und da halt noch doch die diesen gemeinen Fallen ja gut stimmt hier war ja nur die Abkürzung okay alles klar tja nun wie gesagt keine Ahnung warum man hier groß langlaufen kann also normalerweise ist ja Dark Souls dafür gedacht äh ja bekannt dass wenn man hier sowas hat dass da auch irgendwo was sein muss aber ich kann halt hier auch nirgendwo langlaufen ich möchte jetzt auch ungern hier versuchen hier entlang zu laufen uiui weil ich das Gefühl habe dass ich dann runterfallen werde oder warte mal da unten vielleicht dass ich vielleicht dafür gedacht dass ich hier runterspringe ich probiere es einfach mal aber ich möchte mal gerne auch dann mal einen anderen Ring benutzen und zwar ähm den Katzenring wegen Fallschaden so ja ist auch schön das war bei Dark Souls auch so lustig und auch gleich mal die Waffe wechseln weil mein Hammer sieht schon ramponiert aus dass man jetzt oben eine Katze ein Katzen-Symbol hat na gut dann springe ich da einfach mal runter na ui okay kein Fallschaden hier ist auch nix immer schön die Wände abklopfen und hier ist dann auch wieder nur ein Item nur sag ich und geht's an das Titanit und noch ein Wahrheitsverkünder wow hier komme ich aber leider nicht durch sonst wäre ich gerne auf die andere Seite gegangen aber sieht auch auf der anderen Seite nicht unbedingt aus ob man da hätte lang laufen können okay kann ich dann von hier aus noch weiter runter springen oder muss ich dann hier wieder ah ja okay ich sehe schon ich muss dann wieder an den Anfang zurück dummerweise oder ich würde mich wegporten könnte ich natürlich auch machen ähm ja ui okay das war Fallschaden das war zu tief ähm ist übrigens lust dass man hier so ein bisschen auf dem Stein rumlaufen kann aber okay nun ja NPC keine Ahnung der lasst dass der aber nicht vergiftet ist dadurch ich glaube der braucht zwei bis er vergiftet ist achso ich weiß gerade wo ich bin ich bin auf der Oberseite stimmt äh blipadipadam muss natürlich gucken und aufpassen dass hier mir nicht hier viele NPCs auflauern aber die sind ja unten ja stimmt ja hier könnte ich eigentlich auch reinlaufen ich meine hier ist das Gift dass ich dann unten da reingehe aber ist halt die Frage ob man da wenn man auf tue mit deinem Gift dankeschön ja dafür ist die Picke halt gut muss ich glaube ich mal upgraden irgendwie gucken dass ich da ja dass ich halt die Picke benutze weil ich kann mich halt damit schützen und das ist halt genau das was mir so gefällt an der Sache aber wo ist dieser NPC erstmal den NPC den feindlichen NPC besiegen oh Gott das Teil ist ja kaum stark so alles klar der andere ist aufgeschreckt worden na kommst du her ja aber ne die Picke ist nicht unbedingt super schwach sondern der Hammer ist stark so rum ja gut das ist ihm halt wieder hier oh da hinten ist ja noch einer wo kam der denn her oder war der vorher schon vorhanden ich weiß es gerade nicht mehr ich glaube schon noch doch es waren drei Stück genau und dann war daher noch einer drin hier war ja nichts versteckt glaube ich sieht auf jeden Fall von der Wand aus nicht so aus ja und jetzt sind wir eigentlich schon wieder da wo wir eigentlich am Anfang waren und zwar hier zwischen Bossraum und ja keine Ahnung also wir haben zwar jetzt diese kleine Abkürzung aber irgendwie habe ich wohl doch verpeilt wo dieser Boss ist äh wo dieser NPC ist scheint also doch gut versteckt zu sein oder ich bin blind kann natürlich alles sein ja kann alles sein da der NPC lebt noch deswegen aufpassen zumindest haben wir jetzt eine Abkürzung für was die auch immer sein mag weil im Endeffekt war das da oben nicht der Klitschen durch den durch die Wand hier aber von der Partzeit her neigt das Ganze auch doch leider schon am Ende entgegen aber es kann ja auch mal ein Part geben wo ich halt nur rumsuche kann natürlich auch sein so ist es ja dann nicht unbedingt immer Fortschritt aber zumindest kommen wir jetzt hier durch und das war halt für das Fahrhausding dann ja okay ja wie gesagt keine Ahnung wo der NPC ist ich habe zwar ein paar versteckte Sachen entdeckt aber wohl doch nicht die Stellen wo der NPC ist wäre natürlich auch lustig wenn man irgendwie da oben an der Wand entlang läuft und dann halt ja dass dann da irgendwo ja keine Ahnung irgendwie ja ein Loch in der Wand ist das wollte ich sagen oder wir gehen halt einfach hier hin ja beim nächsten Mal ach ja es wird zwar definitiv eine Falle sein weil ja wir wurden ja wie gesagt schon von dem Typ gewarnt aber gut das sehen wir dann im nächsten Part dann ja dann hoffentlich hat der Papier gefallen ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen ihr könnt mir einen Daumen hoch geben wenn ihr wollt gerne auch abonnieren falls ihr mehr von Dark Souls 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays und ja dann sehen wir uns das nächste Mal ciao 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 ciao